Ein sehr schönen guten Morgen allen miteinander, denen, mit denen ich jetzt schon eine ganze Woche unterwegs bin und denen, mit denen ich am Wochenende wieder unterwegs bin. Nein, am Wochenanfang. Das haben wir gestern gelernt. Wir haben den Sonntag begrüßt, so wie die Juden den Sabbat begrüßen, haben wir gestern Abend den Sonntag begrüßt und haben uns sagen lassen, es ist der erste Tag der Woche. Wir feiern. Mit einer Feier beginnt unsere Woche. Was für eine großartige neue Sicht. Das ist nicht Wochenende, dass man sich erst verdienen muss, sondern wir starten mit dem Beschenktsein. Wir starten mit einer Feier. Wir haben in der Freizeit mit den Singles 40 Singles wunderbare Menschen Edelsteine, die Gott gemacht hat und poliert hat und jetzt in dieser Woche nochmal richtig aufpoliert hat, aneinander und miteinander. Wir haben den Reichtum des Alltags entdeckt. Ganz einfache Dinge, die der Alltag gewissermaßen für uns bereithält. Und wir haben die gewissermaßen nicht nur als Singles, sondern in jedem Stand, in dem man sich, in jedem Familienstand, in dem man sich befindet, teilt man diesen Alltag. Wir haben uns Gedanken gemacht und haben mal die Resonanzen der Bibel aufgegriffen zu den Dingen, die wir jeden Tag gedankenlos selbstverständlich durchleben. Vom Schlafen haben wir es gehabt und haben einzigartige Entdeckungen gemacht, was der Schlaf in der Bibel alles bedeutet, was da alles damit verbunden ist. Wir haben über das Aufwachen gesprochen, diese kleine Auferstehung jeden Morgen und dieses Licht der Auferstehung. Wir haben über das Liegen gesprochen, das Sein in der Schwäche, in der Waagerechten, über das königliche Sitzen und über das Stehen in der Verantwortung. Wir haben über die Sinne gesprochen, übers Riechen, Schmecken, Hören und Fühlen. Wir haben über das Weinen gesprochen, das zu unserem Alltag und unserem Leben dazugehört und natürlich über das herzhafte Lachen. Wir haben über das Waschen gesprochen. Also ihr merkt, wir sind an den Tag gegangen, so wie er halt bei uns beginnt. Mit Waschen und mit Körperpflege, für manche etwas länger die Körperpflege. Wir haben über das Anziehen gesprochen, das Bekleiden und die Kleidung und was das bedeutet und heißt, wie wir königliche Kleider von Gott selber bekommen, um Gottes Kinder in dieser Welt zu sein. Über das vertrauensvolle Schritt für Schritt gehen in den Tag hinein. Und heute werden wir über das Begrüßen und über das Verabschieden. Eine alltägliche Geschichte haben wir vorhin gerade getan. Wir haben uns morgens gesehen und sagen Guten Morgen. Wir sagen Guten Tag. Wir begrüßen uns durch ein Winken oder in einer anderen Art und Weise. Es gehört dazu. Und der Text, den der Martin uns schon gelesen hat, ist in Matthäus 10, die Verse 12 und 13. Es kommen Parallelen auch in den anderen Evangelien vor zu diesem Text. Schalom, Friede sei mit dir. Wenn ihr aber in ein Haus geht, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und wenn ihr in ein Haus geht und er schickt sie in alle möglichen Häuser, er schickt sie in die Dörfer und in die Städte hin und her und sagt, dort sollt ihr sagen, dass Gottes Herrschaft unmittelbar vor der Tür steht. Geht dorthin und setzt Zeichen dieser kommenden Herrschaft. Und dann sagt er, wenn ihr in ein Haus reingeht, dann sagt und grüßt das Haus mit dem Friedensgruß. Sagt, Schalom, Friede sei mit euch, mit allen, die hier sind. Und wenn es das Haus wert ist, dann wird der Friede dieses Haus durchdrehen. Und wenn es es nicht wert ist, dann wird der Friede euch wieder umgeben. Wenn euch dort Aggression, Ablehnung, Feindschaft entgegengebracht wird, wird der Friede wie ein Schutzraum sein. Ihr seid aber Botschafter des Friedens. Geht mit diesem Gruß in jedes Haus hinein. Wir begrüßen uns, wir verabschieden uns. Ein alltäglicher Vorgang. Begrüßen und verabschieden. Wenn man das mal in der Bibel ein wenig nachschaut, und das haben wir getan, wir nehmen auch mal ein paar Resonanzen heute mit auf, hier im Gottesdienst. Josef brachte auch seinen Vater Jakob zum Pharao, alter, alter Mann kommt zum Pharao. Jakob begrüßte den Herrscher mit einem Segenswunsch. Ganz klar. Er begrüßt diesen heidnischen Herrscher von dem Pharao mit einem Segenswunsch. Als David in der Wüste hörte, dass Nabal zur Schafschuhe nach Karmel gekommen war. Nabal ist ein Mensch, ein sehr derber Mensch. Das zeigt sich dann in der ganzen Geschichte. Schickte er zehn junge Männer los mit dem Auftrag. Geht hinauf nach Karmel. Bestellt Nabal einen Gruß von mir und richtet ihm Folgendes aus. Ich wünsche dir alles Gute, Glück und Heil für dich und deine Familie und für alles, was dir gehört. Was ist Begrüßung? Hier merken wir es. Dieser Mann wird mit seiner ganzen Familie begrüßt, indem ihm David Heil und Gutes wünscht. Im Laufe des Tages kam Boaz, im Buch Ruth ist das nachzulesen, aus der Stadt zu seinen Leuten heraus, die auf dem Feld arbeiteten. Gott sei mit euch, begrüßte er sie und sie erwiderten, und der Herr segne dich. Begrüßungsvorgänge in Israel. Wie hat es Jesus getan? Am Abend des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus, der Auferstandene, trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Shalom Aleichem, Friede sei mit euch. Und dann, als er sich verabschiedete und gen Himmel fuhr, er führte sie hinaus nach Bethanien, hob die Hände auf, segnete sie und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Das Letzte ist ein Segen, ein Segen für seine Jünger. Es gibt ja so letzte Worte und die sind bedeutsam. Und ein paar Menschen haben letzte Worte gesagt, die haben es geschafft, festgehalten zu werden. Und jeder, der einen Sterbenden begleitet, der wird auch darauf achten, was vielleicht die letzten Worte sind, die ein Mensch sagt. Es ist interessant gewesen, dass der Sekretär von dem damals dann nicht mehr im Amt befindlichen Papst Benedikt XVI. sagt, das waren die letzten Worte, die Benedikt gesagt hat. Wahrscheinlich auf Lateinisch oder Italienisch. Signore, ti amo. Herr, ich liebe dich. Die letzten Worte, eine Zusage an Jesus. Herr, ich liebe dich. Signore, ti amo. Marlene Dietrich war so ein freche Schnauze, Berliner Schnauze. Die hat zu dem Pfarrer gesagt, was soll ich mit Ihnen reden? Ich habe demnächst einen Termin mit ihrem Boss. Was soll ich mit Ihnen im Bodenpersonal reden? Ich habe demnächst einen Termin mit ihrem Boss. Und der Alfred Delp, der eben sein Leben lassen musste im Dritten Reich, als der Pfarrer zu ihm kam, Herr Pfarrer, in wenigen Minuten werde ich mehr wissen als Sie. Und Freddie Mercury ist vielleicht den Jüngeren eher bekannt, hat in einem Chor gesungen. Queen hieß dieser Chor. Das Bitterste ist, dass du alles auf der Welt haben kannst und doch der einsamste Mensch bist. Der Erfolg hat mich zum Idol gemacht und mir Millionen Pfund eingebracht, aber er hat mir das eine vorenthalten, was wir alle brauchen, eine dauerhafte, liebevolle Beziehung. Das war im Grunde sein Schlusssatz. Resümee hinter ein sehr, sehr erfolgreiches Musikerleben. Cesare Borgio, ein italienischer Politiker, hat gesagt, ich habe für alles Vorsorge getroffen, für alles muss man sagen, im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Bonhoeffer, sein Satz ist auch sprichwörtlich geworden, das ist das Ende, als er zum Galgen schritt, für mich der Beginn des Lebens. Das ist das Ende im Sichtbaren, für mich der Beginn des Lebens. Ja, wir begrüßen einander und so etwas wie das erste Wort in dieser Begegnung und dann eben auch das letzte Wort transponiert das, was da so im Geleben geschieht mit den ersten und den letzten Worten, transponiert das so nach unten. Wir haben dafür verschiedene begleitende Gesten. Wir geben uns die Hand, die offene Hand hat keine Waffe in sich, die offene Hand greift den anderen, berührt ihn, verbindet sich mit dem anderen. Wir nehmen uns in den Arm, wir drücken uns, wir geben uns links und rechts einen Kuss oder wir geben uns eben einen Kuss, weil wir uns verabschieden voneinander. Und wir sagen dem anderen etwas. Was sagen wir eigentlich, wenn wir jemanden begrüßen oder wenn wir uns von jemandem verabschieden? Was ist eigentlich ein Gruß? Wir würden als erstes sagen, ganz einfach und ganz schlicht, ein Gruß ist eigentlich ein guter Wunsch. Ein Wunsch, den ich ausspreche, im Angesicht von einem Menschen, über ihn. Ein guter, ja, wir würden das alte Wort bemühen, ein frommer Wunsch. Manfred Siebald hat das in sein Lied gepackt und in seinem Lied ist es auch richtig vertont. Gute Wünsche, gute Worte sollen dir Begleiter sein. Das ist beim Abschied so und das ist auch beim Begrüßen so. Grüß Gott, sagt man im Schwabeländle. Grüezi, sagen die Schweizer. Und eigentlich ist es ja eine Verkürzung. Grüß dich Gott. Und das heißt nicht, grüß Gott, da kommt die flapsige Bemerkung, wenn du ihn siehst, dann, wenn ich ihn sehe, sage ich ihm dann einen Gruß von dir. Nein, das ist nicht damit gemeint, sondern es grüße dich Gott. Gott, Gott segne dich, heißt das, schlicht und ergreifend. Gott segne dich. Guten Tag heißt, ich wünsche dir einen richtig guten Tag. Fürb die, sagt der Bayer. Und er sagt damit, Gott behüte dich. Gott behüte dich. Selbst unser handelsübliches Tschüss hat eine fromme Bedeutung. Tschüss ist eine Abschleifform von Adios, Adiös. Und Adiös heißt Adieu. Ich befehle dich dem lebendigen Gott an. Adieu. In der Abschleifform heißt das Tschüss. Oder Tschö bei denen aus dem Rheinland. Adios, Adieu, Ade. Ich wünsche dir, dass du bei Gott geborgen bist. Große Frage. Wünschen wir das eigentlich noch, wenn wir uns begrüßen? Wahrscheinlich nicht. Es sind reine Floskeln geworden. Wenn wir Tschüss sagen, sagen wir nur, damit wir ein Klanggeräusch machen. Tschüss, weil wir es so gelernt haben. Wenn wir Grüß Gott sagen, selbst die frommsten Schwaben wünschen nicht wirklich den Segen. Denke da gar nicht drüber nach. Das ist das, was Floskel ist. Floskel heißt, das sage ich jetzt einfach mal so. Und Alltag bedeutet, im Alltag gibt es die Chance, ein Fenster aufzumachen, in dem etwas, was gedankenlos einfach vollzogen wird, auf einmal mit Bewusstsein vollzogen wird. Und wenn es Tschüss ist und wenn es einen guten Rutsch ist, den ich dem anderen am Anfang oder am Ende des Jahres wünsche. Ich wünsche ihm nämlich hebräisch einen guten Anfang, einen guten Rutsch. Auch das ist nur eine kleine Abschleifung und ist im Deutschen zum guten Rutsch geworden. Manche sagen dann gute Rutsch, gute Rutsch. Ich sage ja, ich weiß, was es heißt. Du nicht. Ich wünsche dir einen guten Anfang und ich weiß auch, wer der Anfang ist. Ich weiß, wer das Haupt ist, das Roche. Roche heißt nämlich Haupt. Ich weiß, wer das Haupt ist. Und ich wünsche dir, dass er auch die Hauptsache in deinem Leben wird. Dass er das Haupt ist, auch für dich. Das wünsche ich dir. Man kann ins Gespräch hineinkommen über Tschüss und über guten Rutsch. Aber wenn es nur eine Floskel ist, dann ist es eben etwas Billiges. Wobei das Wort Floskel eigentlich was Schönes ist, denn das Wort Floskel heißt Blümchen. Und eine Blume macht ja manchmal wirklich Fenster auf, macht ja manchmal die Türen in der Seele auf. Ich kann mich erinnern, es erzählte hier der Michael Stahl, dass er mit ein paar Jungs einmal eine Aktion gemacht hat. Da habe ich gesagt, das kenne ich, habe ich genau so gemacht. Er hat es mit Rosen gemacht, ich habe es mit Osterglocken gemacht. Eine Aktion. Und zwar haben wir uns einen ganzen Stapel voll Blumen geholt, so richtig viele. Und dann habe ich die verteilt und habe gesagt, so jetzt geht ihr durch die Fußgängerzone hindurch und schenkt jedem eine Osterglocke. Einfach so. Es ist bald Ostern. Vorzüglich den Damen. Schenkt jeder Frau, die ihr seht, eine Osterglocke. Und das haben die getan. Und sie waren so glücklich, das zu tun. Da können also wunderbare Erfahrungen werden. Das Leuchten der Augen. So wie die Kinder, als sie auf einmal hierher kamen und die Hanuta gesehen haben. Hanuta. Wunderbar. Da leuchten die Augen. Und da kommt eine schöne Rose oder eine Blume auf einen zu. Und ich bekomme die. Und dann haben sie, und das ist das Interessante gesagt, wir haben auch noch eine Erklärung zu Ostern. Wollen sie die auch haben? Und haben dann ein Traktat mit der Erklärung von Ostern noch dazugegeben. Wenn man nur mit dem Traktat gegangen wäre, da wäre die viele, bei vielen erst einmal die Abwehrhaltung gewesen. Nein, nein, nein. Danke, danke, danke. Wollen sie ein Traktat haben über Ostern? Danke, danke schön. Das möchte man nicht. Die Blume hat gewissermaßen die Tür aufgemacht. Hat die Tür aufgemacht. Wenn man das nur als Floskel gebraucht, gehen keine Türen auf. Aber wenn ihr mal anfängt, Menschen zu segnen, das müssen die gar nicht wissen. Man muss nicht immer sagen, ich segne dich. Man muss nicht überfromm daherkommen. Es ist bei euch wichtig. Die Jünger sollen das sagen, wenn sie in ein Haus kommen. Friede sei diesem Haus. Wir wollen nicht jetzt einfach in diesem Gottesdienst auffordern, irgendeine billige Grüßerei und eine Gefühlsduselei, irgendwelche hohlen Phrasen von uns zu geben. Sondern es hat damit zu tun, dass wenn ich einem Menschen begegne, ich einem begegne, den Gott zu seinem Bild geschaffen hat. Manchmal ist das sehr, sehr entstellt. Aber von Gott her ist es so. Der Mensch ist geschaffen gemäß seinem Bilde. Und der Tolstoi hat mal gesagt, das schließt ein, dass ich eigentlich innerlich immer schon auf die Knie falle, wenn ich einem Menschen begegne. Wenn ich das weiß. Wenn ich das glaube. Jesus selbst hat diese geheimnisvolle Kraft seinen Jüngern mitgegeben. Wenn er in ein Haus geht, sagt Friede sei diesem Haus. Und es wird dieses Haus durchdringen. Das kann ganz still sein. Das kann ganz sein, dass der andere das noch gar nicht mitbekommt. Es kann aber auch sehr laut sein, indem man sagt, Shalom, Friede sei diesem Haus. Friede sei mit euch. Und wenn dieses Haus sich diesem Frieden verweigert, dann wird der Friede gleichzeitig euch eine tiefe Geborgenheit geben, als die Träger dieses Friedens. Wir hatten das jetzt hier gehabt, eine kleine Szene. Wir haben Leute jetzt da, die aus der Ukraine stammen. Dann haben wir gesungen und dann haben wir ein Lied gesungen. Halleluja, 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 in allen möglichen Sprachen. Japanisch, Afrikanisch, Kiswaili. Und dann haben wir es auch in Englisch und dann haben wir es auch in Kambodschanisch gesungen. Jeder in seiner Sprache und dann auch in ukrainisch. Und dann habe ich gesagt, und wie heißt das in Russisch? In Russisch singen wir nicht. In Russisch singen wir nicht? Nein. Warum denn nicht? Warum denn nicht in Russisch, wenn dieser Friede gilt? Friede sei mit dir. Wie soll denn Friede werden? Wenn wir diesen Frieden nicht aussprechen. Wenn die Israelis den Frieden nicht den Arabern wünschen und die Araber nicht den Israelis. Wie soll denn Friede werden, wenn die Ukrainer nicht den Russen den Frieden wünschen und sagen? Und die Russen den Ukrainern. Wie soll es denn gehen? Indem einer einfach tot ist und der andere lebt. Und dann ist Friede. Oder indem die Waffen schweigen, wie wir es gesungen haben. Nicht dieser Friede, wenn die Waffen schweigen. Wenn sich noch Furcht mit Angst die Waage hält. Wenn sich Verlierer vor den Siegern beugen. Nicht der Friede dieser Welt. Hineingenommen in den Frieden, in den Schalom heißt, ich begrüße den anderen und biete ihm diesen Raum, den Gott selbst geschenkt hat, den Raum des Friedens an und sagen, darin wollen wir uns finden. Das bedeutet, einem Schalom zu sagen. Wir wollen uns in dem Raum des Friedens Gottes finden. Und wenn ich mich verabschiede und sage einem anderen Ade, dann heißt das, ich befehle dich mit deinem Leben und all deinen Fragen und allem dem lebendigen Gott an. Wir werden uns nachher verabschieden, nach einer Woche intensiv miteinander unterwegs sein, werden wir uns voneinander verabschieden. Und dann sagen wir Ade. Ich befehle dich in die Hände des lebendigen Gottes. Oder sagen Tschüss. Ade heißt, ich wünsche dir, dass Gott dich in die Finger kriegt. und dass er dich formt und dass er dich gestaltet und dass er dich mit seinen Händen bewahrt und dass du an seiner Hand durchs Leben gehst und dass du schließlich in seiner Gegenwart zu stehen kommst, um ihn zu sehen, wie er ist. Ade und lebe wohl, heißt Schalom, Wer im Glauben an Jesus Christus den Frieden mit Gott gefunden hat, der entdeckt, dass Jesus Christus die Versöhnung ist für unsere Sünden. Das feiern wir nachher. Aber nicht nur für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Das vergessen wir immer wieder. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Wer stolz an den Abendmahlstisch tritt und nicht als Sünder, der wirklich bedürftig ist der Vergebung und der Versöhnung, der hat da vorne den falschen Platz gewählt. Hier vorne stehen wir als Menschen, die Vergebung und Versöhnung brauchen, die uns allein in Jesus geschenkt sind, weil wir verloren sind in uns selbst. Wir kommen hierher als die, die empfangen. Das, was wir jetzt in diesen Tagen noch nicht gemacht haben, aber was auch zu den Alltagsdingen gehört, ist Essen und Trinken. Das haben wir praktiziert, kräftig gestern. Wir haben das praktiziert. Aber wir haben die Resonanzen noch nicht durchdacht, die dieses Essen und Trinken eben auch beinhaltet. Das kann man ja mal der eigenen Forschungsarbeit überlassen, das zu tun. Er ist die Versöhnung für die ganze Welt. Das ist der Friede. Und dass man da hineingeht in diesen Frieden und nicht außen vor bleibt, sondern sich dort hinein bestellt, das ist das Entscheidende. Ihr sitzt königlich da, nicht alle. Wir haben gelernt, dass Sitzen ein königlicher Vorgang ist. Ein hochherrschaftlicher Vorgang. Sitzen im Sinne der Bibel. Die, die Macht haben, sitzen. Die anderen liegen oder stehen. Aber wenn wir nachher hier sind, dann stehen wir hier. Und das heißt, wir übernehmen Verantwortung. Wir übernehmen Verantwortung. Wir stehen auch verantwortlich. Und als die, die verantwortlich hier stehen, stehen wir als die, die bedürftig sind und die um Vergebung bitten. Ade, ich wünsche dir Gottes alles verändernde Nähe. So dürfen wir uns verabschieden. Von denen, die uns Gutes getan haben und die damit selber ein kleiner Bote Gottes in unserem Leben gewesen sind. Jeder, der uns Gutes getan hat, jeder, der uns Barmherzigkeit erwiesen hat, jeder, der uns eine Freundlichkeit gegeben hat, jeder, der ein offenes Ohr für uns hatte, hat uns etwas von Gottes Güte nahegebracht. Und wir verabschieden uns von denen, die uns nicht leiden konnten, die uns ausgewichen sind, die uns nicht riechen können, die gesagt haben, na, nee, also mit dem Menschen möchte ich nicht so viel zu tun haben. Und wir verabschieden uns von denen auch mit Ade, auch mit Lebewohl, auch mit Ich befehle dich in die Hände Gottes. Denn das, worauf es letztlich ankommt im Leben, ist, dass einer in Gottes Händen ist. Nicht, dass wir uns alle gleicherweise sympathisch und nahe sind. Kommt nicht drauf an. Aber dass einer in Gottes Hände kommt und dort bleibt und dort nicht wegläuft, darauf kommt es entscheidend an. Ich sage dann Leuten immer, du musst mich nicht mögen. Ich mag dich vielleicht ja auch nicht. Aber ich weiß, dass du bei Gott eine offene Tür hast. Und da lauf nicht weg. Da bleib. Wir hatten einen kleinen Scherz in dem Predigerseminar, in dem ich ausgebildet bin, in dem theologischen Seminar. Da definierte einer gleich am Anfang und hat gesagt, wir haben drei Sorten von Brüdern hier. Das eine sind die lieben Brüder. Das andere sind die Brüder. Und das dritte sind die Brüder, die der Herr liebt. Das war ein Scherz natürlich. Aber in jedem Scherz steckt ja auch so ein kleines Körnchen Wahrheit drin. Ade, ich befehle dich in die Hände Gottes. Und wie sieht das aus mit den Feinden? Was sagt Jesus? Segnet die, die euch fluchen. Bleib, wo der Pfeffer wächst, sagt der eine zu dir. Ich wünsche dich zum Teufel, sagt der Nächste. Du sollst verrecken, sagt ein anderer. Was sagst du? Ade. Ade. Ich wünsche dir, dass du in Gottes verändernde Hände kommst. Das darf man sogar dem Feind sagen. Das ist kein Rechtsprechen für all das Feindliche und kein in Ordnung bügeln in dem Sinne. Es ist alles irgendwie doch gut. Nein, es ist manches nicht gut. Manches ist gemein. Manches ist böse. Manches ist schlecht. Das darf nicht so bleiben. Ganz bestimmt nicht. Mit manchem geht man verloren. Aber wie soll es anders werden? Ade. Ich befehle dich der verändernden Kraft Gottes. Seinen Händen. Wir können einander nicht verändern. Probiert das nicht. Veränderung, die echt ist, hat mit dem Herzen zu tun. Und Herzenssache, ein Kernsatz, den man aufschreiben sollte. Herzenssache ist grundsätzlich Gottessache. Herzenssache ist grundsätzlich Gottessache. Deswegen heißt es ja auch, was Gott zusammengefügt hat, wenn sich zwei wirklich miteinander von Herzen bejahen können und von Herzen finden und von Herzen ja sagen, zu einem Leben miteinander. Was Gott zusammengefügt hat. Ein neues Herz schafft Gott. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Gib mir einen neuen gewissen Geist. Das tut er. Ich will das steinerne Herz wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das sagt Gott. Das können wir nicht selber machen. Das bleibt immer nur Maskerade, immer nur Konditionierung, immer nur etwas, das nicht wirklich ans Herz geht. Herzenssache ist Gottessache. Ade heißt, ich befehle dich in die Hände des Gottes, der das Herz neu machen kann. Und vielleicht begegnet man einander dann irgendwann nicht mehr als Feind. Es ist eine berührende Szene, die Corrie ten Boom aufgeschrieben hat. Viele kennen sie schon und haben das gehört, als sie einen der KZ-Wächter später in einem ihrer Evangelisationsvorträge wieder sieht. Und dieser KZ-Wächter, der ihre Schwester drangsaliert hat und sie das alles noch wusste und sie ihn wiedererkannte, der war zum Glauben gekommen und kommt jetzt auf sie zu und streckt ihr die Hand entgegen. Zur Versöhnung. Corrie ten Boom ist da ehrlich und sagt, da streckt man nicht einfach so schnell die Hand auch hin. Das macht man nicht. Aber sie hat die Hand ausgestreckt und hat ihn als ihren Bruder bejaht. Kann Gott das? Paulus, der größte Völkerapostel, war einer, der sich am Tod der Christen gefreut hat. Das war er. Der wollte die Christen ausradieren. Der wollte die weg haben. Und er ist der, der nachher viele, viele Menschen zum Glauben geführt hat an Christus. Begrüßen und verabschieden. Wir haben immer Kernsätze gebildet und der Kernsatz heute heißt, Ich danke dir, Vater, für das Begrüßen und das Verabschieden, das mich lehrt, dass es dein Segen ist, auf den es bei jedem Menschen vor allem und abschließend ankommt. Es ist dein Segen, an dem alles gelegen ist, bei mir und bei dir. Deswegen wünsche ich dir Gottes Segen. Shalom, Friede sei mit dir. Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, nicht nur den Jüngern damals, sondern auch uns heute kommst du mit diesem Gruß entgegen. Shalom, Friede sei mit dir. Friede sei mit euch. Und für diesen Frieden hast du alles gegeben. Dein Leben gegeben. Damit wir Frieden haben. Und danke, dass wir es uns sagen können, wenn wir einander begegnen und wenn wir uns verabschieden. Einander in deine Hände befehlen. Vater, und jetzt wissen wir, dass du fertig werden wirst mit dieser Welt und mit unserem Leben. Und wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen mit dem Gebet, das uns dein Sohn geschenkt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir werden jetzt gleich ein Lied miteinander singen. Während des Liedes ist die Gelegenheit, auch dann für die...